Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema als Künstler Geld verdienen. Aber Achtung, ob du Erfolg hast, egal ob nebenher oder im Hauptberuf, entscheidend ist dein Marketing. Gleich im Anschluss zeige ich dir einige Künstlerkollegen und die für am Anfang wichtigste Marketingstrategie. Viel Spaß beim Zuschauen, ich freue mich auf dich. Was hast du da in der Hand? Ich versuche mal kreativ zu sein, weil wir kommen jetzt gleich zu einem wunderbaren Mann. Es ist egal, ob der Paris Hilton, Madonna, Heidi Klum oder Jan Hahn oder auch dich malt. Oskar bringt alle Promis in Sekundenschnelle auf Papier. Schau mal, so sieht es nicht aus. Ja, der zeichnet die wunderbarsten Karikaturen. Oskar ist einer der besten Kartonisten überhaupt. Seit Jahren zeichnet er ganz schnelle Sachen für Mad, TV Today oder Cinema. Aus Uruguay kommt er ursprünglich. Und hier drin ist kein Lofen mehr drin. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich möchte es auch mal machen. Leute, wir könnten erst mal die Leute begrüßen. Also bitte, wie wäre es mal, deine Leute hallo zu sagen? Leute, wenn ich euch jetzt hallo sage, dann will ich, dass alle klatschen und alle eskalieren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Achtung. Hallo Leute! Wir haben jetzt die Leute begrüßt. Jetzt sind wir aber dran, die Ehrengäste begrüßen. Oh, ach sie! Wie versprochen, kommen wir jetzt zum Marketing. Früher gab es noch die Printmedien, wie zum Beispiel die gelben Seiten. Das dicke Buch kennt wahrscheinlich jeder noch. Aber heute geht es ohne eine auffindbare Website nicht mehr. Webseiten, die bei Google auf der Seite 2 sind, verschenken ca. 95% Potenzial. Du bist Künstler, Handwerker, Arzt, Friseur, Rechtsanwalt oder bietest Produkte an und hast schon eine Website, die mit Jimdo, Wix, Wibli, Typo3, Yomla, Drupal, Kantao, WordPress oder PHP erstellt wurden? Dann benötigst du nur noch das SEO-Wissen, um deine Website auf die erste Seite bei Google zu bringen. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Unter dem Video findest du einen Link für weitere Informationen. Außerdem schenke ich dir deine persönliche Keyword-Liste. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Suchmaschinenoptimierung leicht gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017